schau mal was da los ist es ist tatsächlich zugefroren und zwei mutigen sind schon auf dem eis am rande zwar aber auf dem eis da lasse ich mir das nicht nehmen also was soll es hier noch werden ab ins vergnügen es knirscht alles geil da könnt ihr euch überzeugen so 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jo, das Eis hält. Es sind ein paar lustige, ein paar mutige hier. Ich habe leider keine Schlittschuh dabei heute. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018